. 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 Nur noch 5 Sekunden. Ja Troll ihn, Marcel Troll ihn. Pass auf, gleich steht der wieder auf. Lass ihn ausputen, lass ihn ausputen. Es bleiben noch 5 Sekunden. Leg dich daneben, leg dich hier rein. Leg dich hin, gucken an. Dann wieder der erste. Ich hab grad mein Mikrofon in der Hand. Wieso hab ich ein Mikrofon in der Hand? Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich hab mein Ständer in der Hand. Ja, das kann schon mal passieren. Scheiße. Wollen wir nicht durch den Keller? Ich hab mein Mikrofon. Das hätte ich nicht passieren können. Meiner ist in der großen Halle drin. Ich mach mein Mikrofon in dieser Runde mal zwischen meine Beine. Das hört sich einfach nicht besser an. Du hast dein Ständer in der Hand und das Mikrofon nicht gefallen. Oh Gott, ich geh dahinter. Das ist einfach abgefallen. Das ist einfach abgefallen. Ah, komm, komm. Komm, komm, komm. Kavera? Du bist aufgeflogen. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden... Wir nehmen das auf. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Druck. Lud. Bud. Bud. Indemminder. Geist! Ja, uiih! Ok. Ich finde den Schleder. Zumindest dieses Fenster bei der Treppe. Hochschul da! Jo their ja! Jemand und sollte dem Steine auf die Treppe actuieren! Mein Arm guckt raus, sie geben mir direkt ein mit einem Schuss, Digga, ich bin dauernd logisch. Ich schieß sie mit der Pistole, ich schieß sie mit der Pistole ab. Hey, lass dir doch in den Draht laufen. Oh, schade. Scheiß auf den Draht. Guck mal! Ja, jetzt musst du da weggehen, jetzt wissen alle, dass du da liegst. Für uns wechseln, Note 6. Ja, die Konten müssen gehen. Nein, der ist da drin. Der guckt da rechts, der ist noch nicht los. Nein, 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 der ist nicht reingekommen. Guckt rechts? Nein, der ist rechts an der Wand. Rechts an der Wand, da ist er auch. Aber ich glaube, der geht ganz rechts von der Wand. Rechts, rechts. 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 Rechts, rechts. Rechts. Es geht einfach, Spraver durch. Fliegt scheiße. Aber der macht sich einfach one-hit. Jetzt kommt er rum. Jetzt kommt er mit Drohne, der Hund. Er kommt! Er kommt! Geh drück, geh drück! Der ist laut, nehm ich Pistole! Zehn Sekunden übrig. Ja, danke! Mit Ansagen! Mit Ansagen! Mit Ansagen! Thomas Herr, mach das jetzt! Mit dem Schwulen-Skin. Der 20.000. Nee, ich glaube, der hat so ein bisschen Gay-Bonus gespielt. Ja, komm, man sieht den nicht! Ey, ich hasse das. Hä, wo warnt er? Ganz hinten durch, wenn du reingehst, in den einen Fenster, ganz hinten durch. Vor allem, ich hab ihn getroffen und hab ihm keinen Schaden gemacht. Diese Logik. Ich hab nur die Schüsse gesehen. Gleich gesagt. Ich weiß, wer hat die Flash gebrochen? Ich weiß, wer hat die Flash gebrochen? Ich weiß, wer hat die Flash gebrochen? Ich weiß, wer hat die Flash gebrochen. Weil dann kann ich da aufsamiten, was er will. Ja. Jetzt kommt die Flash gebrochen. Nur noch ein Gegner übrig. Nein, nein, kacke, kacke, perfekte Ruhr, Mist, Scheiß, Dreck, Wollten ja sowas von das Ace versauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020